Gruppe A Der A Nr. 1 Gesetz, 3-malige Siege, Adam Buckel Amadeus Drost, der Debütant aus Kozelec Jarek Boczar aus Buntzlau Und Tomek Sawicki aus Kozelec Am Nr. 2 Gesetz, Nr. 2 aus Stadion Chris Fremzel Die Debütanten Katja Belvin aus Kozelec Norbert Vitas aus Buntzlau Tadeusz Genbusch aus Kozelec Handschütteln, alles Gute wünschen, gute Spiele Tadeusz Und schön zum Fotolächeln, Zähne zeigen Danke, viel Spaß Roman Lissak Lwówek Śląski Ewa Bujło Z Gorzelec Klaudia Vitas Buntzlau Rafał Olejnik Z Gorzelec Ah, kule tropie, ah genau, solltze so sein, alles fair Unschein lesion Danke, dziękuję Grupa D Darek Nikola Grela z Gorzelec Falk Monemangeli Sky Prezeniski Hei 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 Gubel spiel Dobre grün Schöntgerier 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 Okej Dobre grünsche Dobrego turnieju Schöntgerier An Nr. 5 gesessen Nr. 5 der Stadion Thomas Fuchs Lohre Lohre Teilec Wojty Buntzlau Vata Czesnowski Z Gorzelec Dziękuje Ewie Buuro za pomoc w filmowaniu Jö Jajj sake Danne Jajj sake Jajj прямо